ein wunderschönes salon euch da draußen ja freunde ihr seht ich bin unterwegs ja wo ist er denn hin unterwegs der liebe tom ja wo ist er denn hin unterwegs er ist unterwegs zum flohmarkt ja es ist wieder teilweise ein auftragsgedöns sprich kollege hat gemeint tom flohmarkt die greckie schon mal was du da für mich bekommst es ist aber auch etwas für meine sammlung und zwar habe ich beschlossen dass ich mal umschau und so schaue ob es nicht bessere versionen für sachen gibt die ich schon in meiner sammlung habe und ja wie gesagt ist das zweite flohmarkt video ich freue mich ja schauen wir mal was ich bekomme und wir sehen uns am flohmarkt bis dann was willst du für das ps4 spiel haben welches da war meins okay Wichtig ist halt, dass für die Reifvögel noch genug Gas sind. Aber hier sind sie schon fast weg. Und das ist bedenklich. Weil hier immer diese Weinen waren, die großen mit den roten Flecken unterschieden. Und die sind jetzt weg, die Weinen. 1 Euro pro Stunde. Die sind weg, die sind weg. Die haben wir ja auch. Die haben wir ja auch. Aber auch momentan siehst du da nur die schwere Taube, wo sie die durchgewiegen sind. 2 Euro. Die beiden. Danke. Geben Sie es doch mal bitte zurück. Da soll der Controller kosten. Oh bitte, da müssen Sie wirklich warten, bis meine Tochter kommt. Die kommt gleich wieder. Die ist nur schnell auf der Toilette. Okay. Aber das ist für Babyboot. 30 Euro pro Stunde. 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 Nee, hab diesmal alles. Dann wünsche ich viel Spaß. Für das, dass ich nichts haben wollte, dann noch mal gucken. Danke, machen Sie die Sache rein. Danke dir. Das sind englische Versionen, das sind japanische Versionen, wir sind dort. Aber alles ohne Hülle. Bitte? Alles ohne Verpackung. Alles ohne Verpackung. Das ist total schwer geworden. Wenn so etwas finden, dann wird das auch glücklich. Ja, ich weiß. Wenn die Andeik, dann wird so etwas verletzt. Sehr schwer. Sehr schwer. Und sehr schwer. Beispiel Pokemon mit Andeik und Sarkov. Drei, vier. Ich weiß. Hatte Heimat. Ausatmen. Es ist ein paar Worte oder ein paar DM aus. Wir sind hier mit einem geeignet. Ja, wir sind hier mit anderem. Kielern- always. Wir sind hier mit dem Kieler und einem Quartner. Ich bin hier mit einem Kielern. Ich bin hier mit dem Kieler. Ich bin hier mit einem others zu machen. Es ist in bedrachten. Ich bin hier mit einem Kieler zu stellen. vielleicht ein nächstes mal bei den pokémon bin ich mir echt nicht sicher ob das fake gewesen ist also ich bin der meinung das war eine fälschung aber was meint ihr so jetzt schauen wir noch mal der anderen seite rum und dann haben wir ein fazit so freunde zurück vom flohmarkt gott das fällt mir alles hier runter ja freunde zurück vom flohmarkt ich habe ein paar sachen bekommen wie ihr gesehen habt das ganze habe ich bekommen für 26 euro ich zeige euch das mal schnell und ja ich weiß nicht was ich davon halten soll die zwei pokémon von dem händler ich glaube das war fake aber schreibt es mir mal in den kommentaren rein also ich denke dass das fake war das haben wir zu neu zu mäßig aus halt ja genau und ja eigentlich ist der händler ein cooler typ ich habe bei dem schon mal gekauft aber keine ahnung warum man fakes verkauft egal psp driver 76 das ganze habe ich schon in meiner sammlung aber in einem schlechteren zustand deshalb kommt das rein und das andere darf gehen genau gleich mit den sonic heroes hier einmal sonic heroes meine version darf dann mal gehen gott was haben wir denn noch dead or alive teil 3 ist etwas was zum kollegen geht einmal hier dead or alive teil 3 dann habe ich mich ganz besonders gefreut für meine playstation 4 sammlung never winter nights in der enhanced edition einmal hier dann haben wir noch das castlevania lords of shadow einmal hier und dann das letzte game burnout teil 2 point of impact das ganze geht auch zum kolleg ja freunde das war es von diesem flohmarkt video ich hoffe es hat euch gefallen bleibt so wie ihr seid ich bleibs auch wir sehen uns euer tom bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal